Hi meine Lieben, ich hoffe, dass es euch soweit gut geht und dass ihr alle gesund seid. Im heutigen Video zeige ich euch ein kleines DIY mit dem ihr aus alten Vasen oder Glasflaschen, die ihr nicht mehr braucht, schöne hochwertig aussehende Designerstücke zaubern könnt und zwar mit Kreidefarbe. Also ich hoffe, ich habe viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. So, wir fangen erstmal damit an, was ihr alles für das DIY braucht und ihr braucht als erstes Acrylfarbe. Ich habe mich erstmal für weiße Acrylfarbe entschieden, da ich meine Vasen oder Gläser eher in New Töne halten möchte, eher beige und in helleren Tönen. Dann habe ich noch einen braunen Ton geholt, weil ich das Ganze mit weiß mischen möchte, um so eine Art beige oder ja, so ein bisschen einen beigeren Ton zu bekommen. Dann braucht ihr noch einen Pinsel, um die Masse oder um die Farbe zu verrühren. Ich habe extra einen etwas dickeren Pinsel geholt, damit ich die Farbe besser auftragen kann. Und dann braucht ihr noch Backpulver, um die Farbe zu verrühren und zwar mischt man die Farbe mit Backpulver zusammen, um so ein bisschen diese kreideartige Konsistenz zu erstellen. Und dann braucht ihr natürlich ein Gefäß eurer Wahl oder die Flaschen, die ihr bemalen wollt, die euch nicht mehr so gut gefallen. Ich habe einige gefunden. Ich zeige euch das Video am Beispiel dieser Vase oder dieses Gefäßes hier, in der mein Freund immer sein Kleingeld aufbewahrt. Und das steht halt immer irgendwo in der Ecke in der Wohnung. Sieht halt einfach nicht so schön aus. Und deswegen wollte ich die bemalen, damit das ein bisschen einen anderen Touch gewinnt. Und achtet darauf, dass ihr die Etiketten auch abpeelt oder runter macht und dass ihr das Gefäß oder die Vase vorher sauber macht. Denn es wäre natürlich nicht so gut, wenn da noch so Alkoholreste drin sind oder was auch immer das Gefäß vorher beinhaltet hat. Schaut halt einfach, dass es alles so ein bisschen sauber ist, bevor wir starten. Ein bisschen Wasser kann auch nicht schaden. Könnt ihr die eventuell gebrauchen. Ist aber optional. Das dient einfach nur dem Zweck, falls die Farbe zu dickflüssig wird, dass ihr das Ganze so ein bisschen auflockern könnt. Und dann braucht ihr noch eine Unterlage. Bestehen aus Zeitungen oder alten Zeitschriften. Ja, und dann können wir eigentlich direkt schon loslegen. So, ich zeige euch jetzt erstmal im ersten Schritt, wie ihr die Farbe mischt. Dafür nehme ich meine Acrylfarbe und tue die in dieses Gefäß rein, die wir nicht mehr benutzen. Das Ganze muss ich jetzt mit Backpulver vermischen und das Verhältnis ist 2 zu 1. Also 2 mal Farbe, einmal Backpulver. Also immer doppelt so viel Farbe wie Backpulver drin. So, dann vermische ich das Ganze, bis die Konsistenz so ein bisschen fester wird und bis das anfängt aufzuquellen. Und sollte die Konsistenz zu fest sein, dann kann ich so ein bisschen mehr Wasser hinzufügen. Aber jetzt so passt das eigentlich. So, nun ist die Farbe fertig. Ihr seht es an der Konsistenz, dass es schön aufgequollen ist. Es ist so schön fluffig. Und ja, so kann ich jetzt anfangen, die Base zu bemalen. Hier habe ich meine Vase, die ich vorbereitet habe. Ich habe auch versucht, das Etikett zu entfernen. Es ist nicht komplett gelungen. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil die Oberfläche soll am Ende sowieso nicht so glatt werden. Von daher kann ich da einfach drüber malen. Ihr seht, die Farbe überdeckt die Vase eigentlich fast komplett. Aber um eine Nummer sicher zu gehen, werde ich am Ende das Ganze kurz trocknen lassen und dann eine zweite Schicht drüber malen. Am besten ist es, wenn ihr den Flaschenhals auch bemalt, damit man nicht auf den ersten Blick erkennt, dass die Vase bemalt wurde. So, der erste Anstrich ist erstmal fertig. Ich lasse sie jetzt kurz antrocknen und dann bemale ich sie mit einer zweiten Schicht. So, ich hatte davor schon ein paar Vasen bemalt, die ihr hier sehen könnt. Die sind mittlerweile auch schon mal ein bisschen angetrocknet und die werde ich jetzt einfach nochmal übermalen. So, unsere Vase ist leicht angetrocknet. Dann male ich mal eine zweite Schicht drüber. So, ich habe die Vase nun fertig bemalt. und lasse sie nun ebenfalls für bis zu drei Stunden trocknen. So, hier seht ihr auch meine Chaos-Ecke mit den ganzen Vasen, die ich angemalt habe. Ich habe mich da auf jeden Fall richtig ausgetobt und ja, habe die alle hier in diese Ecke gestellt zum Trocknen. So, hier seht ihr nochmal das fertige Ergebnis meiner Vasen. Also, ich bin richtig happy und finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es ist nicht alles optimal verputzt, aber ich finde, das muss es auch nicht. Hauptsache, man hat irgendwie was Eigenes geschaffen und auch so ein bisschen alte Sachen abgecycelt. Und ich finde es einfach schön. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von einem Video haltet, wie euch das Video gefällt und ob ihr sowas nachmachen würdet und ob ich in Zukunft mehr davon machen soll. Ich würde mich freuen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da oder abonniert diesen Kanal für zukünftige Videos. Ich freue mich sehr. Schreibt mir gerne in den Kommentaren auch, wie ihr das Video fandet, inwiefern ihr das umsetzen könnt oder wollt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ich noch weitere Videos dieser Art drehen soll. Denn sie machen mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß und ich teile es gerne mit euch und hoffe auf jeden Fall, dass ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann!